Chess 960 oder Schach 960 ursprünglich auch Fischer Random Chess oder Fischer Schach genannt, ist eine von Schach-Großmeister Bobby Fischer entwickelte Schachvariante mit 960 möglichen unterschiedlichen Ausgangsstellungen. Genau genommen ist es eine Verallgemeinerung des Schachspiels durch eine fast beliebige Anordnung der bekannten Schachfiguren auf der Grundreihe jeder Partei. Zum ersten Mal vorgestellt wurde diese Variante am 19. Juni 1996 in Buenos Aires. Fischers Ziel war es eine Schachvariante zu entwickeln, die mehr Gewicht auf die Kreativität und das Talent des Spielers legte, als auf das Auswendiglernen und Analysieren von Eröffnungen. Dies sollte durch zufällige Eröffnungsstellungen erreicht werden, die ein Auswendiglernen von Eröffnungszügen wenig hilfreich erscheinen lassen. Die Regeln für Chess 960 wurden 2009 vom Weltschachverband FIDE als Bestandteil der Schachregeln in ihr Regelwerk aufgenommen. Eröffnungsstellungen Die Eröffnungsstellungen im Chess 960 müssen die folgenden Regeln erfüllen. Die weißen Bauern stehen auf ihren üblichen Positionen. Alle übrigen weißen Figuren stehen in der ersten Reihe. Der weiße König steht zwischen den weißen Türmen. Ein weißer Läufer steht auf weiß, der andere auf schwarz. Die schwarzen Figuren werden entsprechend den weißen Spiegel symmetrisch platziert. Steht zum Beispiel der weiße König auf F1, so wird der schwarze König auf F8 gestellt. Die Anzahl von 960 möglichen Startpositionen ergibt sich aus kombinatorischen Überlegungen. Für jeden Läufer gibt es vier mögliche Felder. Nach deren Positionierung bleiben für die Dame noch sechs. Dann für die beiden Springer fünf bzw. vier Möglichkeiten. Der Rest ist zwingend, da der König zwischen den beiden nicht unterscheidbaren Türmen steht. Bei Unterscheidbarkeit der Springer ergeben sich somit 4x4x6x5x4 ist gleich 1920 mögliche Eröffnungspositionen. Da aber auch die Springer nicht unterscheidbar sind, ist diese Zahl noch zu halbieren, was dann zu den 960 Variationen führt. Erste die Eröffnungsstellung erst einmal gefunden, wird praktisch eine normale Schachparty gespielt. Alle Figuren folgen den aus dem normalen Schach bekannten Regeln. Rochaden Wie im normalen Schach ist es auch im Chess 960 jedem Spieler einmal pro Spiel erlaubt zu rochieren. Da die Positionen des Königs und der Türme nicht den regulären Positionen entsprechen müssen, muss die Rochade neu definiert werden. Nach der C-Rochade steht der König auf der C-Linie, der rochierende Turm auf der D-Linie. Nach der G-Rochade steht der König auf der G-Linie, der rochierende Turm auf der F-Linie. Das bedeutet, dass die Endpositionen der beteiligten Figuren jeweils genau denen der zugehörigen Positionen im normalen Schach entsprechen. Entgegen der sonst typischen Einschränkung, dass der König bei der Rochade kein besetztes Feld überschreiten darf, darf er beim Chess 960 Dekasekunden Feld überschreiten, auf dem der rochierende Turm gestanden hat. Dies ist allerdings die einzige Figur, deren Platz der König bei der Rochade überqueren darf. Weiter gelten diese herkömmlichen Regeln. Alle Felder zwischen Start und Zielfeld von König und rochierendem Turm müssen frei von weiteren Figuren sein. Ein Spieler darf nur dann rochieren, wenn zuvor weder der betreffende Turm noch der König bewegt wurden. Der König darf weder vor noch nach der Rochade im Schach stehen und kein bedrohtes Feld überqueren. Als Folgerung erhält man, jeder Spieler kann höchstens einmal pro Spiel rochieren. Entspricht die Eröffnungsposition der des normalen Schach so sind auch die normalen Rochade-Regeln gültig. König und Turm können keine Figuren überspringen außer sich gegenseitig. Durch die Rochade kann keine Figur geschlagen werden. In einigen Eröffnungspositionen können nach der Rochade Positionen besetzt sein, die beim normalen Schach frei sind. In einigen Eröffnungspositionen kann es vorkommen, dass nur der Turm oder nur der König bei der Rochade gezogen wird. Dies tritt auf bei A1, B1, KC1, TH1, KG1 bzw. KEF1, TD1, KBCDE1, TF1. Es ist möglich, dass König und Turm bei der Rochade in die gleiche Richtung ziehen. Bei der C-Rochade tritt dies Z, B, bei KB1, KD1 oder KF1, TE1 auf. Beim Spiel mit einem menschlichen Gegner an einem physischen Brett wird empfohlen, dass der König bei der Rochade erst außerhalb des Bretts neben sein zukünftiges Feld gestellt wird. Dann der Turm auf seine Endposition gesetzt und abschließend der König auf seine Endposition gesetzt wird. Diese Regel ist leicht zu befolgen und zeigt den geplanten Zug unmissverständlich an. Inzwischen besteht eine Regelung der WNCA, dass bei der Rochade-Ausführung die Berührungsreihenfolge keine Rolle spielt. Alle an einem Zug beteiligten Figuren dürfen beliebig berührt werden. Bei Rochaden sind das König und Turm, bei Schlagzügen sind es ziehende Figur und Beutefigur. Gerade bei Spielern, die sich neu mit Chess 960 befassen, kann es jedoch angebracht sein, eine Rochade anzukündigen. Um so Missverständnissen vorzubeugen, wird mit einer Schachuhr gespielt. So kann das Drücken der Uhr als Zeichen gelten, dass ein Rochade-Zug nun vollständig ausgeführt wurde. Viele Publikationen der Rochade-Regeln scheinen unglücklicherweise mehr deutlich zu sein. Zum Beispiel schreiben die Erstpublikationen von Erik van Reem und Chessvarianz.com nicht ausdrücklich vor, dass die Felder zwischen dem König und seiner neuen Position frei sein müssen. Als Resultat meinten einige Spieler, die sich darauf stützten, dass der König bei der Rochade andere Steine überspringen dürfe. 2003 befragte David A. Wheeler viele aktive Fischerinnen-Chessspieler, unter ihnen Erik van Reem, Hans Walter Schmidt und R. Scharnagel, um so die exakten Regeln zu ermitteln. Alle waren sich einig, dass der König kein besetztes Feld queren dürfe, mit Ausnahme des Feldes des rochierenden Turms. Schon im klassischen Schach ist eine Rochade so lange untersagt, wie eine Figur zwischen König und Turm steht. Da das Chess 960 eine kompatible Obermenge des herkömmlichen Schachspiels darstellt, dürfen also bei einer Rochade weder dritte Figuren übersprungen noch etwa geschlagen werden. Bei Spielen am Computer gegen ein Programm oder auf einem Schachserver ist normalerweise ein gesonderter Menü-Eintrag oder eine Schaltfläche für die kurze und lange Rochade vorhanden. Auch erkennen gute Schachprogramme bei einigen Zügen des Königs, dass nur eine Rochade gemeint sein kann und kompletieren den Zug von sich aus. Folgende Gästen werden empfohlen. Der König sieht auf sein mindestens zwei Schritte weit entferntes Rochade-Zielfeld oder aber ansonsten auf den beteiligten Turm. Um somit Verwechslungen mit möglichen einfachen Königszügen zu vermeiden. Bei einigen Programmoberflächen ist auch die textuelle Eingabe der Rochade als 0 zu 0 oder 0 0 0 möglich. Es existieren verschiedene Ansätze, einem Programm über seine GUI eine Rochade eindeutig zu signalisieren. Eine klare Regelung findet sich Set B in SMIRF. Ist das Zielfeld des Königs mindestens zwei Felder entfernt, so zieht der König dorthin. Andernfalls schubst der König kurz den beteiligten Turm zur Rochade. Falls elektronische Schachbritter, die anhand von Sensoren die Positionen der Figuren erkennen, verwendet werden, sollte man erst König und Turm vom Brett nehmen und sie anschließend auf ihre neuen Positionen stellen. Das Spiel Die Eröffnungen von Chess 960 sind noch nicht gut untersucht, aber es gibt auch hier einige fundamentale Grundregeln, unter anderem, der König sollte geschützt werden. Die Kontrolle über die zentralen Felder bleibt wichtig. Die Figuren sollten wie im normalen Schach schnell entwickelt werden, wobei die niedrigerwertigen Vorrang haben. In einigen Eröffnungspositionen gibt es ungeschützte Bauern, auf deren Schutz man besonders achten sollte. Manche argumentieren, dass mit jeder Eröffnungsposition zwei Spiele mit Farbwechsel für die Spieler gemacht werden sollten. Da einige Eröffnungspositionen für Weiß sehr vorteilhaft seien. Die Notation Da die Eröffnungsposition in der Regel eine andere ist als im normalen Schach, muss sie in der Notation mitvermerkt werden. Spiele, die mittels der Portabel-Game-Notation notiert werden, können die Eröffnungsposition mithilfe der 4-Sided-Words-Notation als Wert des FEN-Tags festhalten. Die Rochade wird wie im normalen Schach als 0 zu 0 bzw. 0-0-0 notiert. Rochade-Rechte in der FEN betreffen gewöhnlich den äußerst stehenden Turm einer betroffenen Seite. FEN ist dazu in der Lage, alle möglichen Eröffnungspositionen von Fischer-Random-Chess zu erfassen. Aber sie schafft es nicht, alle jene Positionen einer Partie zutreffend zu kodieren, bei denen zwei Türme auf einer Seite des Königs stehen, und eine Rochade speziell mit dem inneren Turm zulässig ist. Es wurde eine Modifikation von FEN entwickelt, um dieses Problem zu lösen. In dem nur in genau solchen Fällen der Spaltenbuchstabe das zugehörige traditionelle Symbol ersetzt. Diese abwärtskompatible Erweiterung führt dazu, dass die Darstellungen der 18 Pseudo-FRC-Startstellungen gleich bleiben. Methoden zur Ermittlung der Startposition Es gibt viele Methoden, die Eröffnungsstellung auszulosen. Bei großen Turnieren wird einfach mit einem Computer eine Zufallszahl zwischen 1 und 960 ermittelt und daraus eine Stellung abgeleitet. Diese Startposition wird dann etwa für alle Teilnehmer sichtbar an eine Wand projiziert und damit bekannt gegeben. Für einzelne Partien wurde auch bereits eine Schachuhr auf den Markt gebracht, die auf Knopfdruck eine zufällige Startposition für Chess 960 anzeigt. Mit einem Würfel Ingo Althöfer schlug 1998 folgende Methode vor, um die Eröffnungsstellung mit nur einem Würfel auszuwürfeln. Der erste Wurf gibt das Feld für den schwarzfeldrigen Läufer von weiß vor. Dabei werden die schwarzen Felder entsprechend der Augenzahl von links beginnend gezählt. Da die Würfe 5 und 6 keine Entsprechungen haben, werden sie wiederholt. In derselben Weise wird anschließend der weiße Läufer positioniert. Hierbei entsprechen die Felder B1, D1, F1, H1 den Würfen 1, 2, 3, 4. Der nächste Wurf gibt wieder von links gezählt die Position der Dame auf den verbliebenen freien Feldern an. Die nächsten Würfe positionieren die Springer auf den verbliebenen freien Feldern. Für den ersten Springer muss bei einer 6 erneut geworfen werden, für den zweiten bei 5 und 6. Mit dieser Methode lassen sich 960 verschiedene Eröffnungspositionen erzeugen, die mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. Eine dieser Positionen ist die normale Schacheröffnungsposition, die dann zu einem normalen Schachspiel führt. Die Eröffnungsposition muss nicht unbedingt zufällig sein. Es kann zum Beispiel eine Turnieraufstellung festgelegt werden oder die Spieler einigen sich auf eine Eröffnungsposition. Edward Northam empfahl folgendes Vorgehen um die Eröffnungsposition ohne Hilfsmittel erzeugen zu können. Läufer, Springer und Dame werden aussortiert. Die Spieler schwarz zuerst nehmen abwechselnd nach Belieben eine der Figuren und stellen sie auf einen freien Platz. Die einzige Einschränkung ist, dass der zweite Läufer nicht auf derselben Farbe aufgestellt werden darf wie der erste. Nachdem alle fünf Figuren platziert worden sind, wird der König auf das mittlere der drei verbleibenden freien Felder gesetzt und die Türme auf die übrigen beiden. Ein Vorläufer dieses Verfahrens war ein 1921 Dicker Sekunden Freischach, das von Erich Brunner entwickelt wurde. Geschichte Bereits 1993 berichtete der Spiegel über ein von Bobby Fischer erdachtes Losverfahren für die Grundlinienfiguren. Das erste Fischer-Random-Chess-Turnier wurde 1996 in Jugoslawien gespielt und wurde von Peter Leko gewonnen. 2001 erwarb sich Leko durch einen Sieg gegen Michael Adams in einem Acht-Partien-Match im Rahmen der Mainzer Cess Classic das Recht 2003 um die Weltmeisterschaft zu spielen. Für dieses Match gab es keine Qualifikation, aber beide Spieler waren zu dieser Zeit unter den besten Fünfe der normalen Schach-Weltrangliste. Leko wurde ausgewählt, da er zum einen viele Neuerungen in die Schach-Theorie eingebracht hatte und zum anderen Sieger des vorherigen Turniers war. Dazu hatte er mit Fischer selbst Fischer-Random-Chess gespielt. Adams wurde gewählt, weil er die Weltrangliste im Blitzschach anführte und als extrem starker Spieler in ungewöhnlichen Situationen galt. Das Match endete mit 4,5-3,5. 2002 veranstalteten bei den Chess Classic in Mainz die Chess Tigers ein Chess 960 Open mit über 130 Teilnehmern und über 50 Titelträgern. Einer von ihnen war der russische Großmeister Peter Svidlar. Er strauchelte zwar zu Beginn des Turniers, doch nach einer furiosen Aufholjagd hiefte er sich noch auf Platz 1 und qualifizierte sich so für ein offizielles Match um die Weltmeisterkrone. Zudem wurde 2002 Fischer-Random-Chess Chess 960 auch von Chess-Varianz.com zur Recognized Variant of Allemans für April 2002 gewählt und der jugoslawische Großmeister Svetoza Gligorig veröffentlichte sein Buch Shelby Play Fischer-Random-Chess. Dass dieser Variante zu mehr Popularität verhalf. Ein Jahr später wurde dann im Rahmen der Chess Classic die erste offizielle Chess 960 Weltmeisterschaft zwischen Peter Svidlar und Peter Leko ausgetragen, welche der Russe mit 4,5-3,5 für sich entschied. Das Parallellaufen Chess 960 Open zog 179 Spieler an, darunter 50 Großmeister. Es wurde von Levin Aronien, dem in Deutschland lebenden Armenier und Junioren Weltmeister von 2002, gewonnen. Dieser erwarb sich so das Recht den ersten offiziellen Chess 960 Weltmeister der Geschichte im kommenden Jahr zu fordern. Svidlar verteidigte im Rahmen der Mainzer Cess Classic 2004 seinen Weltmeistertitel gegen Levin Aronien durch einen 4,5-3,5 Erfolg. Beim offenen Chess 960 Turnier nahmen 207 Schachspieler teil. Sieger wurde Zoltan Al-Massi aus Ungarn, der damit 2005 gegen den nun schon zweifachen Weltmeister Svidlar spielen durfte. Und auch 2005 wiederholte sich die Geschichte, als Svidlar mit 4,5-3,5 gegen Al-Massi siegte und damit den Headtrick schaffte. Als sein Herausforderer hat sich Levin Aronien qualifiziert, da er wiederum das Finet Open gewann und so 2006 einen zweiten, diesmal erfolgreichen, Versuch hatte, Chess 960 Weltmeister zu werden. Parallel wurde 2005 die erste Chess 960 Computer-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die überraschend das Programm Speik von Ralf Schäfer und Volker Böhm gewann. Im Jahr 2006 verlor Svidlar den Weltmeistertitel an seinen Herausforderer Aronien, der ihn 5-3 besiegte. Die Computer-Weltmeisterschaft wurde in diesem Jahr von Schredder gewonnen. 2007 verteidigte Aronien bei den Mainz Cess Classic erfolgreich seinen Titel gegen Wiswana Dennanand, während Viktor Bologen das Chess 960 Open gewann. Rübker siegte 2007 bei der Chess 960 Computer-Weltmeisterschaft und verteidigte sowohl 2008 als auch 2009 seinen Chess 960 Computer-Weltmeistertitel. 2009 fand die letzte Chess 960 Computer-Weltmeisterschaft im Rahmen der Chess Classic in Mainz statt. Hauptartikel Namensgebung Diese Schach-Variante ist unter verschiedenen Namen bekannt. Unter den ersten Namen, die ihr gegeben wurden, sind Fischer Random Chess und Fischer Random Chess. Hans-Walter Schmidt ist ein Verfechter dieser Schach-Variante und er startete die Suche nach einem neuen Namen, der die folgenden Voraussetzungen erfüllen sollte. Er sollte kein Bestandteil des Namens eines Großmeisters tragen. Er sollte keine negativ besetzten oder schwammigen Begriffe wie Random oder Freestyle enthalten. Er sollte weltweit verstanden werden. Als Ergebnis dieser Suche wurde der neue Name Chess 960 gefunden, abgeleitet von der Zahl möglicher Eröffnungspositionen. Inzwischen sind die Begriffe Fischer Random Chess oder Fischer Random Chess weniger gebräuchlich als der neue Name Chess 960. Zwei Tabellen Darstellung Das Chess 960 Nummerierungsschema findet eine einfache Darstellung in Form zweier Tabellen. Zudem existiert eine direkte Ableitung von Startstellungen aus der jeweiligen Nummer von 1 bis 960. Die beiden Tabellen dienen der raschen Zuordnung beliebiger Cess 960 Startpositionen auf der Grundreihe von Weiß zu ausgelosten Zahlen zwischen 1 und 960. Suchen Sie zuerst in der Königstabelle dieselbe oder die nächst kleinere Nummer heraus. Bestimmen Sie dann die Differenz zur Gelostenzahl und bestimmen Sie in der Läufertabelle die dazu passende Läuferaufstellung. Platzieren Sie nun zuerst die beiden Läufer entsprechend auf die erste Grundreihe. So dann die sechs Figuren aus der gefundenen Zeile der Königstabelle auf die sechs dort verbliebenen freien Plätze. Die schwarzen Figuren werden abschließend spiegelsymmetrisch zur Grundreihe von Weiß aufgestellt. Beispiel Wir betrachten die Startposition 518. In der Königstabelle finden wir die Nummer 512 TSDKST. Für den Restwert 6 finden wir in der Läufertabelle an Nummer 6LL. Insgesamt ergibt sich also hierdurch für die SP 518 ist gleich 512 plus 6 die bekannte Aufstellung TSLDKLST für Weiß aus dem traditionellen Schach. Die beiden Tabellen sind auch dazu geeignet aus einer gegebenen Aufstellung die zugehörige Positionsnummer abzuleiten. Liegt beispielsweise die Sequenz TLLKSDT vor, so zerlegt man sie in die Läuferpositionierung LL für die man den Index 4 findet, und in die Folge der übrigen Figuren TKSDT, welcher die Zahl 736 zugeordnet ist. Insgesamt ergibt sich also als Summe aus 736 plus 4 die Positionsnummer 740.